So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ich hoffe, man hört alles. Ich denke, ich denke schon. So, E4. Ja. Dann gehen wir mal da hin. Mal sehen, was der Gute von uns möchte. Boah, das sieht gemütlich aus. Sehr, sehr gemütlich. Ein Zimmer im vierten Stock. Yukari, Mitsuru, der Vorsitzende und ein unbekannter Schüler sitzen hier. Haube er mich wieder? Ah, da bin ich. Sehr schön. Ja, da hat es mein Potenzial erkannt, ne? Ja, das ist der mit dem Pflaster auf der Sturm, ne? Guten Tag. Okay, lass mich anfangen, indem ich dir das fragen würde. Würdest du mir glauben, wenn ich gesagt habe, dass ein Tag mehr als 24 Stunden mehr von mehr als 24 Stunden stehe? Ja, ich meine, wie gesagt, ich glaube mittlerweile alles. Das ist sowieso nicht. Nein. Nein. Einfach nur ein Nein. Ich meine, ich kann nicht glauben, dass es ein Tag mehr als 24 Stunden hat, wenn ich draußen Särge rumstehen sehe. Aber ich sage trotzdem mal Nein. Ja. Ich bin nicht überrascht mit deiner Reaktion. Aber du hast bereits diese Wahrheit in der ersten Hand erlebt. Ja. Erinnerst du die Nacht, als du hierher kamst? Du hattest die Signale haben, die Signale haben. Ja, sicher. Also, ich meine, ich glaube, das sind schon ganz eindeutige Zeichen. Wenn irgendwie Stromausfall ist draußen, Särge rumstehen, das bekommt man mit. Ne? Da muss man schon sehr neben der Spur stehen. Was eine ziemlich geile Idee ist, wie ich finde. Die Dark Hour. Oh. Ich bin gespannt, ob diese Schatten hier oder auch die Endgegner irgendwie auch so ein bisschen die Psyche von bestimmten Figuren widerspiegeln. Gucken wir mal, oder ob das hier noch anders ist. Boah, der hat einfach Spaß dran. Lass ihn doch. Jeder hat ein anderes Hobby, ne? Du hast den letzten Tag nur verhört. Jetzt, jetzt. Er arbeitet seine Arbeit gut. Long story short. Wir sind die spezialisierte Extracurricular-Execution-Squad. Cs for short. Wow. Das ist ziemlich viel. Spezialisierte Extracurricular-Execution-Squad. Wir bleiben mal bei Cs. Ich glaube, das kann man sich besser merken. Hätten die sich einfach Shadowhunter nennen können? Ne. Das sind ja die Spezialisierte Extracurricular-Execution-Squad. Wir sind klassifiziert als ein Schulclub. Aber in der Realität ist diese Gruppe, die die Schatten zu verhindern. Wie geht das denn mit schon als Schulclub durch? Exekutions-Squad. Och, ja, normaler Schulclub. Es gibt Schachclub. Es gibt Bogenschießen-Club. Es gibt Exekutions-Squad. Naja. Mitsuru ist der Lieder. Ich bin der Klubadvisor. Eine Schaufe hat sich auf die Geist der Geist. Die Verkauf wird ein lebendes Körper. Sie sind für die meisten der Noten, wenn nicht alle. Wie bekämpft ihr sie? Naja, offensichtlich mit unseren Personas, ne? Das sind die, die den besseren oder größeren Willen haben. Ja, wie wir. Sehr schön. Tja, wie so oft liegt das Schicksal in meinen Händen. Ich hoffe, ich mache das Beste draus. Und? Mitsuru öffnet den Koffer auf den Tisch und hält mir eine Waffe an den Kopf. Da liegt eine unheimlich glänzende silberne Pistole. Ja, du sollst unserer Sekte beitreten. Schieß dir doch mal bitte in den Kopf für uns. Ein Voker. Na klar. Also entweder ich bin mir nicht sicher oder einfach nur in Ordnung. Ja, mache ich. Ist okay. Mein Gott. Komm, mach mal so nebenbei. Ich war froh, dass du nicht sagen würdest. Nein. Ich mache damit. Alles gut. Willkommen auf dem Board. Nein. Danke dir so viel. Ich bin wirklich glücklich. Oh, ich habe mich vergessen. Über deine Zimmeraufgabe. Die haben dich verarscht. Du musst weiter in den Zimmer. Warum bietest du hier in deinem aktuellen Zimmer? Ja, warum bietet ihr mir das dann überhaupt an? Aber ja, mein Zimmer ist doch wunderbar. Also ich habe da keine Ansprüche. Ich weiß nicht, was das Verhältnis ist. Aber ich glaube, es hat im Endeffekt gekämpft. Aber ich glaube, es hat in der Endeffekt gekämpft. Haha. Oh. Yes. Hör einfach nicht drauf. Du bist Sees beigetreten, um die Schatten zu bekämpfen. Mhm. In deinem Kopf erklingt eine Stimme. Okay. Jetzt werde ich schizophren hier. Oh yes. Ach, ja, sehr schön. Das ist ja der Fool, oder? Du bist ich und ich bin du. Du bist eine neue Bindung eingegangen. Du bist gesegnet, wenn du Personas mit dem Arcana-Narr erstellst. Sehr schön. Du hast den Social Link Sees des Arcana-Narr aufgebaut. Du kannst einen EP-Bonus verdienen, wenn du Personas des Arcana-Narr fusionierst. Ja, geil. Jetzt langsam kommen die Puzzlestücke alle zusammen. So diese typischen Sachen, die man von Persona erwartet. Hier sind sie, ne? Du spürst, wie du innerlich stärker wirst. Du erinnerst dich an Igors Worte über die Kraft der Social Links. Je stärker deine Social Links, desto stärker sind deine Personas. Sind Social Links die Bindungen, die du mit neuen Freunden eingehst? Offensichtlich. Du bist immer noch erschöpft vom Krankenhausaufenthalt. Du gehst zurück in dein Zimmer. Na dann. Schlaf mir mal noch ein Stück. Wir schlafen noch dauernd die Dark Hour. Warum wollen wir hier nicht mal rausgehen, mal ein bisschen Schatten bekämpfen? Während du eindöst, spürst du eine Präsenz. Bitte nicht, der gruselige Junge. Bitte nicht, der gruselige Junge. Äh! Geh weg! Wie bist du hier reingekommen? Ich bin immer mit dir. Gott, ey. Ich bin als Kind wirklich gruselig, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also, geh weg. Alter, die Reihe. Soon, das Ende wird kommen. Ja, ist okay. Wir haben verstanden. Das Ende wird kommen. Wir werden alle sterben. Aber bitte geh weg. Ich erinnere mich, also ich dachte, ich würde dir sagen. Okay. Wisse, wir sind real. Really? Wenn du so sagst. Ich bin ehrlich, ich kann dir noch nicht viel darüber erzählen. Dann geh bitte und lass mich in Ruhe schlafen. Oh, es sieht aus, wie du auf deinem Kraft wachst. Ich stelle dir mal vor, ihr habt irgendwie so Albträume und habt dann so ein Erwacht in einer Schlafparalyse und sind dann dieses gruselige Kind, da vor ich stehen. Ja, es war keine sehr angenehme Begegnung. Sonst werde ich dich im Schlaf ermorden. Nur damit du Bescheid weißt, ja? Ich werde dich sehen, auch wenn du mich überraschst. Oh Gott. Was habe ich da unterschrieben? Kann mir das mal jemand erzählen? Okay, dann. Ich sehe dich später. Kann ich darauf verzichten? Geh weg. Verschwinden. Der Junge ist verschwunden. Ich hoffe, der erscheint mir nicht im Schlaf. Hilfe. Moin! Ähm, nochmal danke für gestern. Äh, Akihiko Senpai ist auch verletzt und ich hatte echt Bammel mit Mitsuru Senpai allein zu arbeiten. Verletzt? Ja, Akihiko Senpai wurde an den Tag von einem Schatten angegriffen, als du auch zusammengebrochen bist. Er meinte, er hätte etwas mit den Rippen. Da-da-da-da-da-da-da. Yukari spricht im Klassenzimmer mit dir. Das ist doch schön, dass mich so viele Leute anspringen. Aber du bist wach geblieben und warst fleißig, ne? Na klar. Ja, okay, wir werden da sein. Wie gesagt, wo sollen wir sonst hin? Mitsuru ist gegangen. Weißt du, die ist echt direkt, also, ne? Sie ist wahrscheinlich beschäftigt mit Dingen wie Student-Kaunseln, außer uns. Uuuuh, Yucatan! Will ich etwas Hostilität senden? Jumpe hat auch immer wieder, wie immer, ne? Es ist nicht, dass ich sie nicht mag. Sie ist einfach... Direkt für dich, he? In Wohnheim scheinen wir das Video zu. Du entscheidest dich früher zu... Ich will mit den Leuten da reden. Oh mein Gott, lass mich dir halt einfach stehen. Wohnheim, Viererstock, Kommandozentrale. Mitsuru und Akihiko sind bereits da. Hallöchen! Noch einmal! Wer kommt denn jetzt an? Wird neuer Fernseher geliefert, oder? Ja, hier, Junpei. Alte Grinsenbacke. Junpei? Warum bist du hier? Begeisterung, hey! Das ist Junpei Hiyori von Klass 2F. Er wird hier, wie heute. Da wird viel Spaß damit, ey! Er bleibt hier? Du musst mich schuldigen! Ich habe ihn die letzte Nacht in den Kopf. Er hat das Potenzial, aber er hat es gerade erwacht. Ah, schön! Ich habe ihn über uns erzählt, und er hat uns zu helfen. Du hast das Potenzial? Für echt? Ich sehe schon, Junpei und Yukari werden die besten Freunde, ne? Er hat mich kreiert wie ein Baby in der Konvenienz-Store, entzündet mit ein paar Koffeln. Ich erinnere mich nicht, aber... Mann, das ist schrecklich. Er hat gesagt, das ist, du weißt, komplett normal. Ja, ich meine, ich lag ja auch im Koma am Anfang, ne? Man gewöhnt sich dran, scheinbar. Weißt du... Ja, ich habe es ja selbst durch, ne? Ob das gut ist, ist eine andere Frage, aber nicht. Du solltest, seit du ein Persona-User bist. Ja. Aber Mann! Ich war schockt, um dich über dich zu finden. Ich hatte keine Idee. Ja. Dann wird aber ganz schön krass, wie viele Charaktere wir jetzt am Anfang haben, ne? Sonst baut sich das immer so auf und jetzt haben wir irgendwie... Wie viele sind wir denn jetzt schon? Fünf? Sechs? Weiß ich gar nicht. Klar. Besser geht's nicht, ja. Junpei ist Sees beigetreten. Na dann... Okay. Jeder ist hier. Ich würde dir deine unbebotee Anrufe interessieren. Kann das sein, dass das die Stimme von Igor ist oder so, aber einfach nur... Klingt so ähnlich, so ein bisschen. Also natürlich normal gesprochen, aber... Für lange Zeit waren Mitsuru und Akihiko die einzige Persona-User, die wir hatten. Ja, krass. Fünf gleich am Anfang. Oh yeah, es geht also los. Wir springen direkt hinein. Ja, Zahnpasta. Lass uns mal ein bisschen Zahnpasta erkunden. Wir sind ja so die Zahnpasta-Tester. Die Zahnpasta-Tester, weil es nur während der dunklen Stunde aussieht. Die dunklen Stunde? Genau wie die Zahnpasta. Interessant, oder? Sehr interessant, oh yeah. Und es ist der perfekte Ort, um uns zu trainieren. Du kannst es als ein Schadownest. Schön im Bienennest herumstochern. Wow, der Zahnpasta, oder? Ja. Aber, Senpai, was ist mit deinem Injury? Seitdem Akihiko noch nicht voll zurückgekommen ist, wird er nur so weit wie die Entrance kommen. Ja, ich weiß. Okay. Aber sind wir immer noch fünf Leute? Okay. Wird dann wahrscheinlich so sein. Einer ist wieder so der Navigator, nenn ich es jetzt mal. Oder sozusagen der Support-Charakter und dann vier Leute. Ach ja, Vertrauen in der Gruppe ist doch was Schönes, ne? Was für dich, Herr Präsident? Ich werde hier bleiben. Schu-ji-ikutsuki. 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 Das ist wirklich, wenn man das so mehrmals ausspricht. Wirklich ein Zungenbrecher. Schu-ji-ikutsuki. Schu-ji-ikutsuki. Nee, ich kann es gar nicht. Ich kann es gar nicht. Das ist schade, aber dafür hast du ja uns. Geku-kan Highschool Haupttor. Das ist es? Das ist das Ort? Ja, unsere Schule verwandelt sich in ein tödliches Schattennest. Das ist doch wunderbar, ne? Das ist eine schöne Analogie zu der normalen Schule, ne? Warum hier? Warte nur noch ein paar Minuten. Es ist fast Mittwoch. Oh, jetzt geht's los. Tartarus, wir kommen. Bäh! Na dann... Ja, das ist bestimmt nicht so... Uuh! Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay... Ach du Scheiße! Ja, das ist groß! Ach du liebes... Ha! Tieht geil aus, ne? Oh weia! Das kommt echt aus dem... ...teuflischen Enddarm gekrochen hier! Das wird ein weiterer Aufstieg sein, glaube ich, ne? Das ist Tartarus. Das Labyrinth, das sich während der dunklen Stunde zeigt. Ja, Mensch, wo kommt denn das her? Das ist ein Labyrinth? Das ist ein Labyrinth? Das ist ein Stichwort, da kriege ich schon wieder traumatische Perioden, wenn ich das höre, ne? Was ist mit unserer Schule? Als die dunklen Stunde passen, wird alles zurückgekehrt. Das ist das Labyrinth, das du sprachst? Das ist ja auch ganz lustig, wenn man wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, eine einzige Stunde Zeit hätte, jedes Mal Tartarus zu erkunden, pro Tag. Aber warum? Warum hat unsere Schule eine große Tauere geworden? Das müssen wir wahrscheinlich herausfinden, mein Lieber, ne? Du wirst auch nicht wissen? Nein. Ja. Die Antworten sind irgendwo da drin. Ich bin sicher, dass es kompliziert ist. Oh. Das ist ja jetzt für jeden das erste Mal, ne? Ja, irgendwie schon. Aber der sieht relativ kompetent aus, muss ich sagen. Naja. Das ist also der Tartarus. Du betrittst den Turm. Oh. Ja, cool. Ja, oder? Du liest meine Gedanken mir. Oh. Oh ja. Ja, und wenn ihr sterbt, dann habt ihr halt Pech gehabt, oder was, ne? Ja. Und dann werde ich euch informieren, von hierher. Wir werden auch einen Liedern vermitteln, um irgendwelche notwendigen Entscheidungen zu machen. Für echt? Ja, wer wird so sein? Einer von uns? Oh, oh. Ich, 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 ich. Ich glaube nicht. Schlechte Idee. Das war aber angewidert. Äh. Nee. Gott. Du bist in charge. Glaubens. Wait, wait, why him? Er ausf appointments. Hallo. Ich bin, ich, ich bin so der typische JRPG Hauptcharakter, dasa also noch mehr Leader-e County kannst Das kann eigentlich gar nicht aussehen, oder? Okay, also gehen wir doch erst in die zweite Reihe oder so. Ich denke so. Aber ich habe ja zum Glück ein Kurzschwert. Ich frage mich, ob das jetzt so ein echten Plastikkurzschwert ist oder ob ich wirklich einfach die ganze Zeit ein Kurzschwert mit mir rumtrage. Das ist natürlich auch lustig, ne? Pläugen? Ich bin bereit. Und dann wollen wir doch mal schauen. Du willst durch das Portal gehen. Schaffst es aber nicht, fällst die Treppe runter, brichst das Genick. Nach der Ecke des Eingangsweih siehst du eine seltsame Tür. Das ist unser wunderschöner Velvet Room. Der Velvet-Schlüssel leuchtet in deiner Hand auf. Der Schlüssel wird vom Schlüsselloch förmlich angezogen. Noch genauer kann man nicht sagen, geh da rein. Also, dreht mal ein. Was willst du denn, Joa? Ich habe dich erwartet. Das glaube ich dir. Du feinst ja nicht viele Aktivitäten oder mögliche Aktivitäten ausführen zu können, ne? Es ist alles ein bisschen sperrig eingerichtet hier. Eine Zeit kam für dich, um deine Macht zu erzeugen. Eine Tauere, die du in die Tauern bist. Wie kam es zu sein? Für welchen Grund existiert es? Du weißt es wahrscheinlich, willst es uns aber einfach nicht erzählen, ne? Ah, regrettably. Wieso? Du bist noch nicht in diese Fragen zu beantworten. Ich bin ja eh der Meinung, Igor ist irgendwie so ein Gott, ne? Der ist wahrscheinlich wirklich so ein Gott, der Langeweile hat und uns einfach immer in solche Sachen mit hineinwirft, ne? Und das ist weshalb, dass du bewusst bist, die Natur deiner Macht. Es liegt hier, obwohl niemand nur dich sieht. Deine Macht ist unig. Es ist wie das Nummer 0. Es ist leer. Aber gleichzeitig hält es infinite Möglichkeiten. Wie meine Seele. Wie meine Seele. Du kannst multiple Personas besitzen und sie sie wie gebrauchen. Und wenn du deine Fehlern verletzt hast, wirst du die Gesichter der Möglichkeiten vor dir sehen. Es gibt vielleicht Zeiten, wenn sie schwierig zu bekämpfen sind. Aber keine Angst. Seid, was du gehört hast. Deine Macht wird in der Zeit. Das behauptet. Ich bin ja gespannt, wie viele Personas wir... Das ist ja der dritte Teil, ne? Wir werden ja definitiv weniger Personas sein als im fünften. Aber vielleicht erkennen wir ja ein paar alte Bekannte wieder, ne? Schauen wir mal. Mein Spannungszeit wird bald schwer sein. Aber bitte, komm wieder auf eurem eigenen Akkord. Ich erzähle dir dann über meine echte Rolle. Die Art, in der ich dir bestätig kann. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass Igor irgendwie... ... uns einfach nur hergerufen hat, weil der sonst keinen zum Reden hat. Ich glaube, seine Assistentin quatscht mit ihm nicht. Die mag den gar nicht, weißt du. Und wir sind seine einzige... ... seine einzige soziale Instanz zu der Welt da draußen. Und deswegen holt er uns ab und zu mal her zum Chitchat, ne? Bis dahin. Bis dahin. Aber ein schönes Sofa-Harter, muss man ehrlich mal sagen. Das sieht echt bequem aus. Hey, bist du okay? Wieso? Ja, was ist denn? Du siehst wie ein Zombie. Aber das ist auch eine witzige Vorstellung, weißt du. Also während ich in der Velvet Room bin, stehe ich am besten da. Wirklich mit gläsernen Augen, sabbernd. Ja. Muss auch witzig sein. Weißt du, es ist nichts... ...ein anstrengendes Leben, was soll ich sagen. Ja, er auch mal... Meine Güte. Sie können die Tür nicht sehen. All ich mal. Komm mal ein bisschen runter hier. Ich hab noch nicht mal... Ich musste mich da erstmal beweisen, ne? Drücke die Befehlsmenü-Taste, um deinen eigenen Status zu prüfen. Du kannst deinen Fortschritt auch speichern, indem du auf die Uhr links neben den Eingang zugreifst. Du kannst auch Geld für die Heilung bezahlen, indem du die Uhr benutzt. Oh, jetzt muss ich noch Geld bezahlen, oder was? Was möchtest du tun? Erstmal... Erstmal speichern. Weißt du, jetzt machen wir aber langsam ein paar neue Speicherstände. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Was können wir noch machen? Wir können Gruppe heilen. Alle heilen. Kampftipps an. Das ist unwichtig. So, Velvet Room. Ach, okay. Da Yukari und Junpei keine Kampferfahrung haben, solltest du sie unterstützen. Keine Sorge, ich treibe dich nicht zu sehr an. Du machst das schon. Sehr motivierend, danke dafür. Gut, packen wir es an. Eigentlich passt die Stimme gar nicht so wirklich zu den Nerven. Ich beweise dir, dass ich das Sagen haben sollte. Ey, so eine quäkige, so eine quenglige Stimme irgendwie. Das ist also Tartarus. Und was ist das hier? Rätselhaftes Gerät. Ich habe noch nie zuvor so ein Gerät gesehen. Einfach mal draufsteigen. Montan scheint es nicht zu funktionieren. So. Ah, jetzt kann ich endlich mal auf mein Menü zugreifen. Das ist ja geil. Yukari. Also Yukari ist die Heilerin. Dia regeneriert wenige TP eines Verbündeten. Junpei spaltet. Das wird also wahrscheinlich der Nahkampf-Typ sein. Und ich bin momentan der Feuermensch. Item. Oh, ich finde meine Person hat die schon sehr stylisch aus hier. Wachmacher. Heilt die Erschöpfung eines Verbündeten. So, Orpheus. Details. Gucken wir uns nochmal an. Gibt es hier irgendwie Skill-Info? Ah, wir erfahren aber jetzt keine Hintergrundgeschichte. Schade. Wechseln. Geht auch nicht. Ausrüsten. Ich glaube, wir haben nichts zum Ausrüsten. Kurzschwert. Kurzschwert. Das ist ein simples Hemd. Ja, wir werden ja noch nichts haben. So die Arbeitsschule. Äh, Arbeits... Arbeitsschule. Arbeitsschuhe. So. Ja komm, genau. Ich möchte mal jetzt hier gucken. Was hast du denn für eine Persona? Persona-Status. Oh, schön. Was heißt sie denn? Wie heißt sie denn? Persona... Hä? Skill-Info. Charakter-Status. Und wie sieht es bei Junpei aus? Was hast du für eine? Du hast hier... Aber wo stehen die Namen? Also sehe ich jetzt gerade... Hermes. Da steht es doch. Hermes. Okay. Also er hat Hermes. Interessant. Und sie hatte... Io. Also wir sind ja immer auf irgendwelche mythologischen Figuren oder so. Interessant. Aber ich würde sagen... Wollen wir einfach mal reingehen? Boah. Lass uns einfach mal reingehen. Bist du bereit? Na klar. Viel Glück. Tartarus geht zum folgenden Abschnitt. Im Tartarus. Ja. Yes. Tja, das ist die Wunder der Technik. Ich werde Audio Backup von hier auf ausbeben. Warte. Warte. Du meinst, dass du hier in der Reihe sehen kannst? Es ist meine Personas-Ability. Okay. Also interessant. Ich würde dich mitmachen, aber die Struktur der Tartarus ändert sich von Tag zu Tag. Also... Es gibt viele Dinge, die sich scheinbar bewährt haben in der Reihe, ne? Das ist weshalb der Außensein-Support ist imperative. Und ich gehe mal davon aus, jetzt können wir uns gleich bewegen, oder? Oh, ich habe immerhin schwer gewählt, ne? Wir gucken mal. Ja. Genau. So schlimm finde ich sie jetzt gar nicht. Ich meine, was macht sie denn? Sie ist doch eigentlich sehr... Ja, konkret mit ihren Aussagen, oder? Oh, jetzt kommen wir uns bewegen. Ich sage es doch. Nice, endlich. Fangen wir an. Denk daran, ne? Das sind die wahren Kämpfe, die du führen wirst, ja? Okay, schau mal, ob du alle Schatten auf dieser Ebene von...